So, und weil es so schön war, das Ganze nochmal. Servus miteinander, schön, dass ihr dabei seid bei einer schönen Folge von einem Simulator. Ich hatte gerade so einen Route 66 Simulator dabei, davor, die Aufnahme. Deswegen brauche ich hier irgendwas, was jetzt schön ist. Da habe ich gedacht, machen wir gleich den nächsten. The Force Ranger Simulator. Ich finde, das Menü ist klasse. Ich habe jetzt aber auch schon mal, das meine ich. Mach ich das? Ach, war ich auf Exit-Game-G? Ah, da macht das alles jetzt irgendwie Sinn. Okay, es werden einfach random Sachen abgespielt. Ja, ich habe jetzt kurz was eingestellt. Ich kann nur Englisch oder Polsky, also Politisch. Ich habe die Tageslänge so gelassen, die Nachtlänge habe ich jetzt auf 5 Minuten mal gestellt. Mehr geht nicht. Ich schaue mal, ob ich es so lassen kann. Ich glaube nämlich, dass die Musik, die ist ziemlich untergedreht, obwohl ich es bloß so gemacht habe, von hier auf hier. Das könnte man vielleicht auch noch ein bisschen unterdrehen. Ich glaube, das ist ziemlich nervig. Im Spiel wird es aber nicht so laut sein wahrscheinlich. Egal, wir gehen jetzt einfach rein. Aber, Demon Vision to save option has been blocked. Ich kann nicht speichern. Mal gucken. Quest Sandbox geht? Ja, mach mal Quest erstmal. Wir wollen ja erstmal reinkommen. Wir wissen noch gar nicht, um was es geht. Also, wir machen, wir sind wahrscheinlich ein Ranger. Und wir kommen uns um den Wald. Purse Cleanup. Also, wir sind Reiniger. The weekend has just passed and it is usually the case of the tourist presence in the forest. Ja, die haben sich alles. Also, hier, ne? Wochenende sind vorbei. Die Touristen sind weg. Die haben alles vollgeschissen. Die sollen jetzt aufräumen. Äh, unglücklicherweise, äh, aha. Genau, ähm, sind sie also blöd, ihr Zeugs in den, äh, ne? Unterzuspülen. Äh, meine erste Aufgabe ist, äh, wie soll los? Und den Wald, 5 Kilogramm Plastik und Metall, äh, Milz zusammen. So. Was in den gelben Containern soll. By the way, get to know the forest for which you are responsible from today. Enjoy your walk. Okay. Ich soll den Wald schon mal kennenlernen. Okay. 5 Kilogramm. Warum leuchtet dieses Ding? Weil ich es anpacken kann. Es bewegt sich, also, es bewegt sich ziemlich, sehr, seltsam. So. Ähm, das kann man jetzt schlecht beschreiben, aber es fühlt sich so an, als ob ich von der Taste laufend runtergehe, geht er immer noch einen Schritt oder zwei. So, als ob er erstmal sein Gewicht, äh, ja, mit seinem Gewicht klarkommen müsste. Keine Ahnung. Gut, aber egal. Jetzt, ähm, erstmal Plastik und Metall. Das sieht aus wie Pappe oder Holz. So, das ist doch Plastik. Wieso kann ich das nicht angrabbeln? Wie kann ich das nehmen? E? Nee, festhalten. Okay, ich muss es festhalten. Okay. Alles klar, schön da rein. So. Wie viel war denn das? Wissen wir noch nicht. Einen Dollar habe ich jedenfalls bekommen. Komm, hier ist, aber, das ist ein bisschen gemischt, ne? Das ist eigentlich Elektronik. Das darf da eigentlich nicht rein. Was ist das? Hier, siehst du? Was ich für ein... Wieso macht ihr jetzt Rot, was ich für ein, für eine Ahnung habe vom Spiel, bevor ich jetzt überhaupt irgendwas gelernt habe hier? Weiß ich schon alles, wie man es macht. Okay, dann machen wir halt. Das ist alles Elektronik. Okay, alles klar. Da ist es ein bisschen dunkel, muss ich auch zugeben. Das ist alles Elektronik. Das darf ich nicht nehmen. Okay, pass auf. Das ist doch Metall. Wieso haben die eigentlich hier rum gemütet? Genau vor unserer Hütte? Frage ich mich. Sollte man nicht in den Wald gehen? Nein, hat er gerade gesagt. Okay, das könnte Metall sein. Kann ich bloß eine Dose nehmen und dann war es das? Ich bin ein schlechter Ranger. Na, vielleicht... Oh, war das laut? Okay, vielleicht müssen wir erst ableveln. Das kann ich auch wegschmeißen. Komm, dann schmeiß ich das auch noch weg. Vielleicht muss ich erst ein Level abbekommen, um mehr tragen zu können. Plastik und Metall. Okay. Das ist eine komische Mischung, oder? Oh mein Gott, Junge. Du wirst doch jetzt nicht für jede kleine Dose dahin rennen. Aber anscheinend machen wir. Aber gibt es denn nicht auch irgendwo einen Sack? Mensch, ist das laut. So, jetzt habe ich mal einen Tab gedrückt. Notes, Skills. Es gibt Skills. Under Construction, Equipment. Alles Under Construction. Stats. Hier, das habe ich schon weggeschmissen. Das kann ich gar nicht mehr nehmen. Craften kann ich. Collect. Ja, ich weiß. Okay, pass auf. Die wollen bloß die Demos langziehen, wie möglich, ne? Damit ich nicht speichern kann. Warte mal, was war das gerade? So weit anscheinend? Oh ne, da. Ich kann auch werfen. Bringt mir nix, weil... Ich bräuchte so ne... ne, so ne ballistische Wurf-Bahn. Die habe ich ja nicht. Ich habe ja so richtig geradeaus. Wupp. Was? Was? Hm? Keine Ahnung, wo das ist. Das ist wieder genau da gelandet. Ach, naja. Was würde ich auch erwarten? 5 Kilogramm. Ich weiß noch nicht, wie viel ich gesammelt habe. Aber so leere Dosen bringen anscheinend nicht so viel. Also, das ist jetzt ein Hase, so wie er springt. Und jetzt ist es ein Schwein. Jetzt ist es wieder ein Hase. Ja, so machen... So verhalten sich Wildschweine. Ganz kleine, die springen so. Tschüss, Wildschwein. Such dir einen Trüffel. Ein glückliches Wildschwein. Schön. Leitern. Na, hier bist du... Oh. Oh. Ich kann eigentlich nicht hoch. Aber wenn ich springe, kann ich doch hoch. Eigentlich sollte einer diese Waldstimmung entspannen. Und mich macht sie gerade leicht aggressiv. Okay. Okay. Okay, alles klar. Pass auf. Das ist doch auch Metall. Hier, nimmst du mal mit. Nee, okay. Dann gehen wir jetzt wirklich mal raus. Wir sind ja hier Ranger. Wir bleiben ja nicht zu Hause. Wir sind ja mutig. Und gucken wir jetzt mal für... Wie oft wir jetzt hin und her gehen müssen, wie oft wir jetzt hin und her gehen müssen, damit wir den Quest hier schaffen. 2 Kilometer hin und 2 Kilometer hin und 2 Kilometer hin und 2 Kilometer zurück. Und 2 Kilometer zurück. Das ist eine kleine Dose. Macht jeder so So, und wer entelt jetzt da rum? Ich sehe keinen Aber es sieht schon schön aus Also ich hatte es noch schlimmer vorgestellt Ist hübsch, man kann es es lassen Grafisch hier? Klar, so ein paar Ecken hat es schon noch Aber so grafisch ist schon Für einen Simulator, also für einen Namen Was einen Simulator in Namen trägt So, ne? Ja, ist okay Es wirkt Handmade Ist nicht so zufällig generiert Aber wo sind denn die Enten? Wie das Spiel, wenn der jetzt wieder abstürzt, ne? Ich habe vorhin gerade schon eins gehabt Ja, aber so vermüllt ist es doch gar nicht Ich weiß gar nicht, was ihr habt Irgendwas mit Fallen steht auch gerade, sehe ich Sitze ich eigentlich im Weg? Das geht noch, ne? Ich habe mich aber nirgendwo sinnvoll in Positionen Das geht schon Also unten steht jetzt gerade Komischerweise 0 von 15 Kilogramm Ist anscheinend ein Bonus Weil neben steht der Bonus Und ich habe noch nichts gesammelt Allerdings Noch nicht mal ein Gramm Habe ich aber Und ehrlich gesagt geht mir hier der Müll aus Der einzige vermüllte Bereich ist der Wo ich arbeite Und die ganze Welt ist müllfrei Also ich finde die Touristen haben das eigentlich ganz gut hinterlassen Ach Leute Wirft ja schon wieder Hier Das Vogelhaus hat kein Futter mehr Dann schmeißen wir es auch weg, oder? Dann ist es doch alle Dann muss ich ein neues kaufen, oder? So ist es doch Ah, ich bin ein guter Ranger Ich sehe schon Nee, also Also ohne Mist jetzt mal Ohne Spaß Ich sehe keinen Müll Der einzige Müll, der ist bei mir zu Hause Gehen wir jetzt da wieder hin So, also das ist auf jeden Fall Holz Oder Pappe Eins von beiden Pass auf, jetzt wird doch rot, wenn es nicht passt, ne? Was ist das hier? Mixed Jetzt habe ich Minus gemacht Bin ich rot geworden Nehmt das jetzt Was ist das? Oh, ist das rot Ah, vielleicht weil es zu groß war Das kann sein Ich weiß nicht, was das sein soll Ich mache es mal da rein Das war nicht richtig War zu groß, ne? Deswegen ist es dann rot Siehst du? Ja Aber wie soll ich das denn wegschmeißen? Oh, wir räumen die Bude einfach aus Da war man auch gar nicht drin Klar Mache ich Ich freue mich auf die Bude auf Sobald ich einen Quest irgendwie hinbekomme Save Forest Was, mein Patch? Ein Bambi Patch? Ja Klickt mal Wenn man 50 mal den Film am Stück guckt Aha Sieht mir auch sehr mixt aus Oh, jetzt scheppert es aber die Musik rein Das ist jetzt schon wieder so ein bisschen Abbeat, ne? Das kann ja gar nicht leiden So, also Leute Das ist jetzt alles Mist Das ist alles Mist, was hier rumliegt Kann das Spiel nicht speichern Ich habe gar kein Bedürfnis danach, das zu speichern Was ich gerade erledigt habe, ist nicht speicherbar Das kann ich in 5 Sekunden wieder erreichen, was ich gerade gemacht habe Huch Also, ähm Also ich weiß es nicht Ja, da steht aber Ich soll in den Ja, ja Ich soll in den Wald reinlaufen Und das alles mitnehmen Wir laufen jetzt in den Wald rein Und nehmen Müll mit So So ist unsere Aufgabe Das da vorne war bloß unser Startmüll Damit wir wissen, was es ist Ich laufe jetzt einfach Ja, aber später auch mal so ein Radar So, so Spinnensensoren Ach, da ist das glückliche Schwein wieder Da hinten ist noch ein zweites Das ist das Sack, wo der Müll ist So, da vorne ist jeder was dickes Blaues Also, entweder irgendwann mal hier Ne? 20 Kilo Aber was ist es denn? Ist es ja zu? Park einfach mal 20 Kilo Hier ist der Müll Alles klar So, was ist das? Hochhebt Das ist ein Blumentopf, glaube ich Entschuldigung, aber Ich kann jetzt mit dem Ding nicht zurücklaufen Das ist doch Quatsch Ist hier irgendwas schweres? Ist doch nicht ein Inventar? Oh, was wird das? Ich glaube, ich habe doch ein Inventar Wenn ich es kurz anklick Dann ist es so drin Herrschaftszeichen Tutorial, ja? Ich hätte auch mal sagen können Ist doch klar, wenn man so eine Hand sieht Dass man gedruckt hätte Keine Ahnung, ja Ich denke mal Metall Ja, ein bisschen Metall Ja, Plastik Ah, komm Okay, das sind alles diese Hohlkörper Die sind natürlich jetzt nicht so doll Nimm bloß Platz weg Aber es geht voran Alles klar, es geht voran Wir sind wieder auf dem Auf dem Weg Auf der Spur Auf dem Pfad Zum Forest Ranger Kommst du mir auch noch mit hier? So eine Sprudelmax Oder wie heißen die? Wie heißen die? Wie heißen die? Wie heißen die? Kommst du zu euren Dinger? Nein Kannst du zu euren Dinger Können sie selber sprudeln? Solar Stream Solar Stream Jetzt Gut Haben wir es jetzt auch Sprudelmax Gibt es Sprudelmax? Ah, Sprudelmax gibt es auch Siehste habe ich mir nicht ausgedacht Sprudelmax Heißt du wirklich Sprudelmax? Oh ja Gottes Willen Sprudelmax Sprudeljoch Sprudelherbert So Also Auf dem Weg zum Wie viel? 4,7 Kilogramm Und ich kann noch Bonus Mal gucken Wie viel der Lauch hier Schleppen kann Bin ja glücklich Dass man Milch gefunden hat War noch nie so glücklich Dass man Milch Da kommt Da kommt so ganz langsam Auf der linken Seite So ein Müll So ein Müllsack rein Und ich dachte Was umarmt mich denn jetzt? Jetzt ist er ganz weg? Ja wie Ah, ich kann jetzt Da wieder hinschütten Achso Wenn ich da wahrscheinlich Irgendwelche Hier Wildcamper sehe Dann kann ich da meinen Sack entleeren Also meinen Müllsack Das Spiel macht mich alle Das Spiel macht mich echt alle Au weh Okay, kann ich durch Wasser Oder sterbe ich dann? Ich kann Nicht mit den Ne Ich kann es auch nicht Mit berühren Ja, das wird bestimmt Auch noch irgendwann Logisch erklärt worden Dass ich Forest Ranger Keine Das Wasser nicht berühren darf Doch, da konnte ich es kurz Aber so richtig Darf ich nämlich keinen Alles klar Das wird noch implementiert Kann ich auch Tiere aufsammeln Kann ich speichern Bevor der Irgendwie kann ich ja nicht Warte mal Wollte, das Spiel abstürzt Hey, Bami Komm mal her Ich hab dich ganz oft geguckt Komm, ich müll dich voll So Okay, geht nicht Eins, zwei, drei Keine Waffen auch nicht Also gut Nein Jetzt nehme ich diesen blöden Sack auf Also Da hinten habe ich noch was blaues gesehen Aber das ist unser typischer Müllsack Aber der markiert doch Oh, herrlich Wie es reinploppt Geht es auch wieder weg? Jawohl Geht auch wieder weg Also verschiedene Detailstufen Kann man sich Selber Wie soll man sagen Editieren Die man näher hingeht Oder nicht So, der Müllsack Der markiert ja meistens Dann noch andere Gräueltaten Der bösen Touristen So, was ist das? Das ist auf jeden Fall Kunststoff Also wenn das kein Kunststoff ist Dann weiß ich auch nicht Das nicht Das nicht Warum eigentlich Warum soll ich eigentlich nur Kunststoff und Metall mitnehmen? Ich meine der Rest Der Müll Der ist auch genauso schlimm Ne, den lasse ich jetzt liegen Oder gehe ich jetzt dran vorbei Ist mir egal Naja gut Keine Fragen stellen Entschuldigung Kann ich nur unseren Bonusmill vielleicht erreichen Okay Das war jetzt Zufall Ist aber schnell abend geworden Gut, dass wir es gesehen haben Ähm Fünf Minuten Nacht Na gut Wenn wir zur Not müssen wir ja auch draußen überleben Fünf Minuten Hilft ja nix Ist ja ein Ranger Kann man die Pilze mitnehmen? Nein Kannst du mal reinbeißen? Auch nicht Ja Ja ne Da kommen wir nicht rum Mist Oh ein Weihnachtsbaum Oh ein Easter Egg Ein Easter Egg Und das glitzert noch so schön Unglaublich Ah herrlich Den nimm mal mit Der ist aber auch hübsch Der ist aber hübsch Dies hat sich schon wieder gelohnt Dass wir hier rumdödeln Brauche ich ja noch gar nicht mal leuchten Weil ich habe ja auch keine Taschenlampe F L Abhinut Komm mit Du bist jetzt Du gehst jetzt mir Du kommst jetzt mit Muss ich jetzt die ganze Zeit gedrückt halten Ja Jetzt sind Nein Du sollst das dann mir nicht So jetzt Schnell nach Hause Mit dem Schönen Tannen Baum Ja die wissen halt Die wissen nicht mehr Was sie Was sie kaufen sollen Und dann ist der Der fünfte Weihnachtsbaum Der kommt dann in den Wald rein wieder Alles mit Depot vollgeknallt Hauptsache es war teuer Ja Ich habe bloß geguckt Ob er noch da ab ist So Also ja Über sowas geht ja nicht Ja Tannenbaum Ist schon gut Ob man muss Ja Der Fenstrasse war Wunderschön Aber der hat auch was gekostet Ja 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 Warum ist da Nacht Warum ist da hinten Mordor Und da ist noch strahlender Tag Das kann es doch irgendwo nicht sein Ich sehe mein eigenes Ich sehe also ich Ich brenne die Pupille weg Und da hinten ist Nacht Naja gut Hauptsache ich habe einen Weihnachtsbaum Könnte ich schon wieder Weihnachten machen Nee Also ja Wenn es so mal Zwei Wochen Schnee gibt Ja von mir aus Würde ich nur eine Ausnahme machen Aber irgendwie Bei Weihnachten dieses Jahr Irgendwie ist es ja jetzt da Mit dem ganzen Zeugs was los ist Macht ja alles keinen Spaß mehr Einkaufen macht keinen Spaß mehr Nachrichten Mach keinen Spaß mehr Hat eh noch nie Spaß Aber weißt du was ich mir So Aber Hauptsache ein Weihnachtsbaum Scheiße So jetzt du Schwein Ich habe eigentlich gar keine Map Na gut dass ich so einen Orientierungssinn halbwegs habe Merke gerade dass ich nicht aufgepasst habe Wo ich herkommen bin Das war nicht der Weg Gibt es ganz komische Geräusche Ein bisschen Angst habe ich jetzt auch Ach das sind Wildgänse Die essen mich nicht Die essen Brot Und Huren Und so Sachen Ist es noch der Wald In dem er gestartet ist? Die Enten oder die Gänse Kommen immer näher So Baum Jetzt warte mal Ich muss mich kurz So da muss ich hin Es gibt doch eine Karte Ist doch gut Siehste? Ich bin genau richtig Aufdauer in dieses blöde Menü reinzugehen Um Bimm zu machen Wie in Windows XP Oder Windows 98 Wenn man Irgendwo hin drückt Wo man gar nicht drücken darf Also Ich spüre schon den Blicke Ich spüre die Blicke der Wildgänse In meinem Nacken Dumm ist Ich habe jetzt halt wirklich Keinen Toast dabei Ja aber die Das Schwein liegt ab Das ist gut Die essen das wahrscheinlich Erdschwein Was kann ich mit Kuh Irgendwie Kann ich mich ja markieren Jetzt nimm diesen Baum mit Ich habe den so lange mitgetragen Jetzt nehme ich sie auch Mit Oh Gott Jetzt kommt diese Abbieten Musik wieder Oh Gott Jetzt pfeift er auch noch Klatschen und pfeifen Weißt du? Ich singe da nicht noch Ah nee Kann ja nicht Weil sonst muss er aufhören Zu pfeifen Hieße fast richtig Naja jetzt sieht es durch Mit den Pfeifen Okay So Leute Wir sind wieder da Das war unser Tageswerk Wir haben Weihnachtsbaum gefunden Und 8,5 Kilogramm Will Bloß die Frage Weihnachtsbaum mäßig Habe ich jetzt eigentlich auch Keine Kraft mehr Für diesen Tag Das mich Damit noch zu beschäftigen Also innen drin Darf er nicht stehen Alles klar Dann Würde ich sagen Dann stellen wir den einfach Hier hin Ja Also glitzert Tut er schön Muss ich sagen Bin ich ein Fan Von wie er glitzert Wenn man sich bewegt Mag ich So jetzt leeren wir Unseren Sack Hier rein Muss ich das jetzt langsam machen Oder kann ich einfach Alles auf einmal Das ist unglaublich laut Wenn da was reinfällt Das Schlimme ist Der Rest ist ja Recht heiß und angenehm Aber Oh Gott So You get a new entry In the forest ranger notebook Wow Ich hab einen neuen Patch Eagle Eye Ich bin das Eagle Eye Wie bei Fast wie Arthur Oh Gott Ich glaub ich mach mir gleich Einen Rotwein auf So click on the Fragezeichen On the container And you will learn what We learn what kind of Was Segregate Das weiß ich nicht Segregated rubbish Should be flown Spiel lass mich ganz kurz Bitte klarkommen Viele Jetzt muss ich Vögel finden If you want to be woken up By birds Singing every morning Take care to feed them From time to time Na mach ich nicht Ich will mal Ruhe haben Sprinkelgrain Into the feeder That stands in front of your property You find grain in the table In the front of your house Also ich will probably Run out irgendwann So it's better to buy Die können mich am Arsch Ich fülle die doch nicht Damit ich die noch morgens weg Und die wissen doch gar nicht Wann ich aufstehe So das Ding oder Das kommt jetzt erstmal weg Das kommt Das Holz ne Mix it Glass Plastic Metal Und Electronics Mix it Ist sie groß Ja Haben wir ne Toilette Ja ne Da könnt ihr füttern Hier essen Da könnt ihr rein Geht nicht Doch geht Das ist fein Das ist fein So Da können wir drin Dann singen Ist mir wurscht Das ist vielleicht sogar ganz cool Wenn ich auf Toilette gehe Und dann ist so eine schöne Art Mod Das hätte ich eigentlich gerne War da gesagt Das ist mein Mein Vorbefutter In meinem Haus In front of my house In front of my house war Oh guckt euchs an Als wäre ich Chat irgendwann Hier geflogen Und hätte ein paar Leute Abgeschossen Bis Vaterland So Also ist mir jetzt eigentlich Grain Könnte es sein Ich hab's jetzt echt nicht mehr Hier das da Ah ja Gib her Gib her Und was ist jetzt Q und E Ich hab tatsächlich Ein Radar Und E Ah Okay Da hab ich meine Ah okay Okay Alles klar Da kann ich das Was ich aufgesammelt hab Kann ich nochmal durchklicken Wie mach ich das jetzt So Das Ding Hab ich jetzt Das möchte ich jetzt Hier Vielleicht geht's nämlich Weil ich das zu blöd platziert Aber das kann auch sein Gebe her Gebe her Gebe jetzt her Gebe jetzt her Ich kann's nicht mehr rausnehmen Es steckt fest Wobei das ist ja Das ist ja Hier guck mal Da unten sind die Waben Das ist ja auch ein Mensch Jetzt überleg halt mal Was das ist Wenn da Waben abgebildet sind Jetzt natürlich Hier ein Bienenvolk Jetzt willst du da Vogelfutter reinmachen Bist du blöde Die doch nicht Also das ist es Jetzt hab ich Bienenvolk Auf der Toilette Naja macht ja nix So jetzt hat hier E Da rein Alles jetzt rein You get a new entry To forest ranger book Was hab ich gemacht Save the forest foundation 10 dollar Thank you for feeding birds Ich bekomme also 10 dollar Wenn ich Vögel einmal fütter Ich glaube dann können wir es doch machen Schuh geht weg Das muss noch ein bisschen lang BQ Ja das ist jetzt blöd There is an old Beehive Under the house Ja ja If it stands like This Fly here You need to find A suitable place Das ist jetzt blöd Ich hab jetzt gehofft Ja das ist jetzt blöd Weil ich hab jetzt irgendwie Dieses Bienen Diesen Bienen Na wie sagt man Das Bienenhaus Hab ich jetzt einfach Ins Klo Geschmissen Sonst krieg ich es nicht mehr raus Ach jetzt geht es wieder Gott sei Dank Für Gottes Willen Also wohin Suitable place Was weiß ich Take the beer Have to clear Was To clear Full of floors Floor Das ist ein komischer Satz Kann ich nicht einfach mal kurz schlafen Ich sehe nämlich nichts Hab ich überhaupt ein Bett Hab ich überhaupt eine flashlight Ich hab ja auch noch nicht mal Ich kann auch nicht mal Ich kann auch nicht mal Die Tastenbedingungen nachgucken Kann ich nicht Boah dieser Sound Der macht mich so blöde So als ist das Beehive weg Werde noch was Hier hab ich ja vorhin liegen lassen Aber nichtsdestotrotz Möchte ich eigentlich Kurz mal übernachten Oder muss ich jetzt Pausenlos wach bleiben Und Forest Ranger spielen Wie immer Absprechen kann ich auch nicht Die Burkets Okay schlafen Achso Hier könnte man vielleicht Später dann irgendwie Zeugs rufen Ja am Bett Gibt es halt einfach auch nicht Alles klar Also wir müssen diese Wiesenstaat Jetzt nehmen Ist ja normal Dass man das einfach so macht Und zu irgendeinem Platz voller Blumen bringen Blanzenblumen Blumen ja Das Ding ist Ich sehe halt wirklich null Ich sehe null Und ich habe jetzt auch wirklich keine Kann ich das mitnehmen Ne Nix mitnehmen Keine Fackel Tasten drücken Oh Das ist Okay Massiv Was ist das? Das hat Zu schlimm der Sound Ne Ähm Ja 5 Minuten Nacht Ich glaube da misst man fast noch Dann macht man die mal Also wenn das so blöd ist Dann machen wir 2 Minuten Nacht 2 Minuten bekommen wir überbrückt Jetzt ist komplett dunkel Es ist noch möglich Ach Mensch Spiegel echt Da drin ist noch Licht Warum auch immer Das könnte auch so Das könnte auch so Einen kleinen Horrortrip Kippen Wenn jetzt die Musik nicht so weh wie sie ist Weißt du Alle Lichter gehen immer mehr aus Wir sind jetzt in so einer dunklen Bude Hier schlägt die Die Uhr wahrscheinlich gleich Die tickt jedenfalls Der einzige Bereich der noch irgendwie Licht hat Und mein Weihnachtsbaum natürlich Ach ja Aber muss ich schneiden Hilft nix ne So Leute Ich habe jetzt doch noch Ich habe jetzt Ich habe jetzt mir ein Wein geholt Ich habe jetzt mir aber auch Kein Weinglas geholt Weil das fängt doch ein bisschen zu heftig Ich habe mir jetzt so ein Osborn Brandyglas geholt Das wirkt jetzt nicht ganz so degadent Aber das kriege ich jetzt Das kriege ich nicht mehr hin Das ist mir zu arg Ich muss ganz kurz Ich muss ganz kurz innehalten Und so schlimm ist es jetzt Wirklich nicht Aber irgendwie mit dem Teil vorher Zusammenwirkt es auf mich Fast wie eine kleine Gehirnwäsche Und ich musste mir Sowas Wie sagt man da Ich will jetzt den Markennamen Nicht aussprechen Ich würde gerne Aber die Challenge ist jetzt Das da So eine Wurst So eine Salami So eine Stacksalami Nicht den Markennamen Sondern Naja sagen wir halt einfach Das nächste Mal Da steht drauf Mie Salami Delikatesse Mie Salami Salami So Gut Was steht da Let's know what do you think Meinen Sie allgemein Oder zum Spielen Zu spielen Okay Jetzt sehe ich es Leute Das gibt es nicht Die machen die Demos so exklusiv Dass ich nur 30 Minuten zocken kann Ist verflogen wie ein Flug Oder Jetzt weiß ich ja gar nicht Was mit meinem Bienenvolk ist Auf der Toilette About S Okay es sind auf jeden Fall Polnische Entwickler About S Okay About S Ja es fehlt noch Aber ich klicke mal drauf Geht gar nicht Außer im Hintergrund Geht das auch Doch hinten läuft das jetzt Das war vorher nicht Oh Was ist das Da ist doch Ah da ist das Menü New Game Geht natürlich nicht Exit geht ab Ich will nochmal continue Nee das haben sie Durch die Probe Damit wir nicht weiterkommen Checkers on Facebook Und da auch Checkers on Facebook Okay das scheint Wirklich im Hintergrund Was auf Tatsächlich Ach Mensch Leute Jetzt hätte ich aber gerne Ja das blüht jetzt Na gut Dann verlassen wir jetzt Das Spiel so Und ja Seht uns das nächste Mal Bis dann Servus